Sooo, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Ja, wir sind wieder zurück, Bindu, du musst immer noch mit. Stay in Frieden. Ach ja, genau. Sollst du wirklich mal einfach machen? Warum ist das eigentlich die Musik auf das? Weil Bane gerade da draußen war. Na? Heile dich am besten auf, oder? Nee. Alter noch, heile uns liegen. Oh, okay. Ein Treffer zieht aber auch die Hälfte der Hälfte ab, also ein Viertel insgesamt. Was hat das für eine blöde Rechnung? Hallo. Das war eine Steffen-Rechnung. Okay. Die Hälfte der Hälfte, also ein Viertel. Versuchen wir nochmal. Zwei Viertel. Wie geht das für nochmal? Ja, los hier. Du bist am Arsch. Und los, Brando. Jewe Lama! Nett, dass es auch, wie nett, dass das Riesla King auch noch wartet extra. Ach so. Achtung, da kommt... Da kommt ja gleich zwei. Verdammt, da muss ich ja gleich das erste Pix töten, bevor die mich da zusperren. Naja, da darf man Schlitzer bekommen. Ganz klar. Wahrscheinlich. Fortsetzen. Naja. Diesmal Datei 1. Aber diesmal... Feichern wir noch einmal. Das bringt Glück und... Wir gehen diesmal zur Wildblicks. Yeah. Das bringt Glück. Nee, Tauchhaus musst du touchen. Ach ja. Aber nur am Nacken. Nur am Nacken. Am Nackenfeld. Okay. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin? Und los geht's. Ein infizierter Seed Rocking. Ach ne. Nein, er ist nicht Jogokonsänger. Na dann. Los! Lobrando! Und ich versteck mich wieder. So, am Anfang ist das ja ganz gut. Und wenn es einen hoch geht, muss ich nur einen nach unten gehen. So, willst du dann wieder... Nee, dann wirst du getroffen. Dann schießt er auf 3 auf einmal. Na wohl, ja. Mann! So, you are dead. You are dead to me. 10 haben wir. Abdrank. Stimmt, Benedikt da doch mal dran, ey. Was? Ich kann nicht lösen. Boah, mach, dass du hier rauskommst. Verdammt, so. Diesmal gleich. Diesmal die Pflanze na. Es geht gut. Du kannst aber auch nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Oh, mach dass hier rauskommst, ich auch gleichh. Niemand hier kann lesen. Oh, mach dass hier rauskomm. Alles stehen auf, alles leer. UUUH Okay. Das Spiel läuft alleine. Wer siegt sich selber? Das Spiel spielt sich dann wenigstens richtig loose ... pick? Genau. Ich glaub du kannst ich da oben, wo sich der Trainer versteckt, oder? stecken oder er muss das ja auch angreifen auch mal die stelle ist doch jetzt mal gut jetzt kann ich doch hier und die presse kriegen wir haben auf jeden fall ist klar wo es mich jetzt kriegen kann und wenn ich nach unten geht für nach oben dann kann es mich nicht treffen und dann das war so ein klar so dass du mal super nicht unbedingt machen wir doch umgekommen wer heute den montag wird zu werden sich zu werben und mächtiger behauptet er wollen dass sie aber ich kann muss irgendwas zu stellen ja aber muss ich auch selbstverständlich noch mal verloben ja wann hast du schon mal auf dem feld das sehtraut ich Ich ruf mal den ganzen kleinen... So sehen...mäßig. Ah, total. Ist mein Deckmarcer jetzt, ey. Nein, Frank kann nicht mein Deckmarcer. Äh... Du kannst den anderen Teil nicht rein? Ja, ja. Ah, das wird doch. Äh... Oh... Oh! Tschüüüü! Alter, Hydro-Pumpe. Tschüüüü... Hydro-Pumpe, einfach mal so. Hydro-Pumpe hat ja sicher nicht getroffen. Aber einfach so, weißt du. Higipipi machen! Viel Erfolg! Nein, jetzt auch. So, dann... Oh, heftig. Wow! Ey, ich glaub Steffen ist weg. Gut zu wissen. Wir haben zwei... Oh, wir sind vielleicht... Oder? Zwei Orden. Ach so, ne. Ja, weil wir... Jaaaa... Ist das toll. Und vielleicht ist das ja... Seedreiking von der Apten Arena. Also gehen wir mit den Apten Orden. Ach, das ist geil, ey. Ist doch voll gut, ey. Du hast alle anlegen übersprungen. Aber haben wir irgendwie noch hingeguckt. Mästig, ey. Mästig, ey. Ja. Guck gar nicht mehr. Hä? Oh, ach so. Ja, ne? Ja, okay. O-O-O-O-O. Ich glaube, das ist total diese Fock-Boas. Man, das trifft man ja immer. Ja. Verrecken doch einfach. Der nach oben bleibt. Das ist eine Reichweite, das geht bis hier hin. Herrlich. Fress doch nicht so. Ach, Mann. Hast du den Tank schon? Ja. Ach, Mann, ist noch was, aber echt knapp. Einfach zu viel Scheiße gemacht. Ja, am besten so, wo die herkommen, wo die aus der Reichweite sind. Mhm, mhm, mhm. Boah, der muss ja sagen, das liegt eben so genial auf dem Boden. Das ist gut, das ist gut. Das ist einen fetten Leger. Hast du eine Chief mitgekriegt? Ja. Hm, 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 hm. Was machst du da hinten? Ich habe gerade meine Bücher wieder sortiert. Ja, ich habe Bücher. Nein, ich sage, das sind Bücher, weil dann wirklich intellektueller. Manga würde ich wirklich als Bücher erzählen. Ich schon. Weil ich sonst keine Bücher habe. Aha. Aber es sind Mangas, Steff. Mangas sind viel cooler als Bücher. Ja, aber... Wie sie dann auch immer gehen, ne? Und auch von hinten oder so. Die können es jetzt mit sich am Arsch nicht picken. Das ist ja komisch. Ja, die blähen sich einfach an, ey. Ah. Die schwingen wahrscheinlich schon sofort aus. Na, ähm. Neues Spiel. Hallo, ich bin Professor. Wie heißt mein Enkel? Bist du Junge oder Mädchen? Oh, Mann. Warum kann er nicht gleich beim Vorsitz sein, der Klappe? Ich bin ein... Ich bin ein klein bin, ich bin mal lieb. Ist mein Enkel ein Junge oder Mädchen? Habe ich einen Schwanz oder eine Musch? Oh, Mann, nein. Multiple Choice Test. Bist du ein Junge oder Mädchen? Ah, 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 ah. Kein Geruch der Dunkelheit. Ach, das hatten wir schon alles. Ja, aber... Das ist manchmal so eine Testfrage, wo ein Waffe das ist. Ja, ich bin jetzt... Ja, ein Ex dafür reich. Geh mal runter auf Beenden. Ja, so fängt das Spiel an, für alle, die es nicht mehr wissen. Genau. Ich weiß es nicht mehr, wenn wir das noch mal von vorne machen. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Da haben wir wieder genug Zeit dafür. Ah. Ah. Du kannst doch noch ein Gegengift einsetzen einfach so. Okay, alles klar. Und was willst du jetzt um Gegengift schärfen? Für Er ist nicht vergiftet. Gegen Gift einsetzen. Ja. Aber wenn man nicht vergiftet ist, bringt er den Gift dann gar nichts. Wenn er irgendein Schatz tut. Hier ist der Gift hier. Aber wenn die Dinge nicht vergiftet ist, dann können wir es nicht. Ach, was. Der ist vergiftet. Der ist nicht vergiftet. Der ist nicht vergiftet. Der ist nicht vergiftet. Der ist nicht vergiftet. Okay. Du vergisst das mal wieder. Ja. Am Arsch. Setzt du Glut ein? Hä? Ja, er setzt die ganze Zeit Glut ein. Hä? Wo ist ne A? S für Glitzer. Ne, das ist gut wieder. Oh, geil. Guck mal hier. Und selbst wenn der kommt. Kommt. Hier. Oh, voll von der Seite. Giovanni. Giovanni. Ich bin gefickt. Ich bin gefickt. Geringfüge. Yeah. So wie die Position wechseln. Und denk dran, einen runter. Was hast du? Nimm doch den Trank, wenn es eng ist. Und wenn es eng wird. Und davor nicht. Naja, er hatte ja eh keinen Erfolg hier. Ja. Nein, das meine ich auch nicht. Aber wenn es eng wird. Ach, letztendlich kein Unterschied. Nein, aber das ist dann von der Moral her. Dann denkt man so. Scheiße, ich komm noch neben mich. Oh, ich hab ja noch einen Trank. Hey. Geil. Oh, ich hab ihn ein Gesetz. Oder im Kampf. Äh, vergisst das. Oh, scheiße. Ich hab doch noch einen Trank. Oh. Oh. Gusto. Gusto. Hi, Gusto. Du kannst ihn eng mitmachen. Oh, die gibt's auch. So. Äh, bist du blutgeschissen grad? Nein, das ist Brando. Ja, dann hat Brando ein Blutgeschissen. Das hat sich voll. Oh mein Gott. So. Wo ist jetzt doch mal... Äh. Ah, ist Schlitzer. Okay. Es ist gut. Achtung, der Zombie. Boah. Ich hab ja auch so das Gefühl. Das lerne ich ja auch grad. Aber... Mann. Ey. Die Katze mit gewesen. Ja, ey, das hätte echt nicht sein müssen, wenn man so geht. Du hättest da, glaub ich, auch bei dem, äh, als der zweite kam, nicht immer hin und her angreifen müssen. Hättest den zuerst erledigen müssen, dann hättest... Erstmal einen taktischen Hufzug und dann... Baccarimashita Das ist ein bisschen herzig, ziemlich penetrant Das kann nur schwerer werden Aber es ist nicht so schlimm wie Mild Scheiße, das sieht echt voll krank aus Das sieht so voll nett aus Das ist so ne... Nein, das ist zumindest reichvoll Hallo, wenn es an Land kommt, ja? Evolution Doch, Evolution und so, denn Wachsen nach der Beine Funken ist ein Wickelwitz Na, das schon Außer es hat die höchste Unterrichtung zu erreichen Das ist schon die dritte, weiter geht's nicht Ja, Pappela Papp, da bin sie das anders Kümmern sich erst um das Pikachu AHHHHHHHHH AHHHHHHHHH BROOH Na also, der ist schon grad so ehem này gepomst Mein Gott Alles am Arsch Auf einmal ein Knopfenser noch, ok Alles cool Ich hoffe, das war die letzte böse Überraschung für heute. Hey, wo ist der Typ? Weiß ich auch nicht. Lass uns zurück ins Versteck. War das nicht in der Leiche versteckt? Der steht in ihm drin. Hammer geil, ey. Jetzt ist Seesal King dran. Oh yeah. Kann ich speichern? Versuch einfach mal. Nein, du musst dir ins Versteck. Im Versteck hat Dave jetzt alle getötet. Der hat die Chance genutzt. Oder Martha? Martha hat jetzt einen Mann. Das ist das Haus von Bill. Hallo Bill! Das klang eben gar nicht gut. Das klang gerade voll creepy. Egal. Kannst du hier speichern? Speichern! Ich glaube ich nicht. Ja, geh rein und speichern. Wobei, nachher ist da wirklich irgendwas. Speichern lieber hier einfach. Hast ein KP übrig. Professor Litt! Ich dachte, er wurde gefressen von seinem Kollegen. Das ist er ja noch nicht gestorben. Ich sprach Professor Litt, ne? Ich glaube ja. Wie habe ich ihn gesprochen? Ein Zombie ruft ihn an. Essen! Ich... 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 Hab nicht viel Zeit! Boah! Professor! Wie geht das ihm? Was ist passiert? Mein... Arsch tut weh! Mein Assistent! 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 Ich bin gebissen worden! Ich... Konnte ihn zwar töten... Aber er hat mich... Voll erwischt! Er hat mich voll geschissen! Ich hab etwas Blut verloren... Und... Scheine vorhin das Bewusstsein... Verloren... Zu... Haben! Ich warte kurz! Hm... Meine Körpertemperatur steigt... Und ich... Fühle mich nicht... Gut! Ich hab Schmetterlinge aber auch! Du weißt... Was das heißt! Wie realistisch! Ähm... Nö! Eason! Hör mir zu! Bevor wir uns nicht... Mehr... Hören! Da gibt's eine Sache... Die ich dir... Vorhin nicht... Mehr... Mitteilen konnte! Du bist pädophil? Jeder! Aber auch... Jede Person... Und... Jedes Pokémon... Des Landes... Ist infiziert! Oh... Egal... Ob sie gebissen wurden... Oder nicht! Sobald man stirbt... Wird man zur untoten Kreatur... Egal wie! Aaaaaah! Oh Gott, das klang eher... Egal... Eason! Du warst immer... Ein guter Junge! Gut, gut! Pfff... Versprich es mir... Dass du auf dich... Aufpasst! Ja? Ja? Mhhh... 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 Prof! Äh... Prof? Hallo? Scheiß Verbindung... Mann! Prof! Ey! Mann! Er hat aufgelegt... Dieser Wasser... Ich bin voll traurig, dass er aufgelegt hat... Mann! Das war grad voll der dramatische Moment... Du hast ihn zerstört! Äh... Was mach ich jetzt? Ach... Ach... Was er denn denn, ey? Sie sind blöd, ey... Immer nur... Danke, Dr. Oetker! Ob ich das den Leuten in Verschreck erzählen sollte? Ich denke ich... Ich hoffe, dieser Scheiß-Halt-Traum hat bald ein Ende! Wuuuuh... Warum musste ich die blaue Schrift ausgerechnet so sprechen? Nein, das veranschränkt so lange Sätze... Ne? Sprech noch mal Marcel an! Sie sind blöd? Äh... 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 Hallo? Ah... Togoni... Mina... Kaimaskar... Ach... Scheiße... Äh... So... Da vorne liegt etwas... Ah... Der Opernsänger? Ne, oder Dave? Das ist doch... Dave! Ja! Niemand hier? Ist der... Tod? Hoffentlich... Wieso denn? Ist er ein Zombie, dann musst du gegen ihn gehen? Ja, so gut! Ja, warum nicht? Wir hätten mit... Äh... Dings Joy... Ja, weiß man ja vorher nicht... Ja, ja... Hm... Versprich Dave doch mal! Hm... Shit! Äh... Mein Kopf! Und mein Arsch! Dave! Mann, dir geht's ja echt beschissen! Eine Rosette! Oder ob nicht! Diese Gottverdammten Hurensöhne! Dave! Dein Kopf blutet! Yes! Was... Was ist passiert? Scheiße! 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 Alter! Ich war wohl... kurz ohnmächtig! Diana! Sie sind schon abgedreht! Ne, er ist abgedreht! Was ist denn passiert? Geht es den anderen gut? Minna war da nicht drüber und es kam! Doch es denen gut geht! Geil! Na klar geht es denen gut! Wow! Diese verdammten... Heuchler! 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 Pissgesichter! Wie habt ihr denn? Ich versteh dich nicht! Ich versteh nicht! Hör zu! Bianca! War hier! Oh yeah! Wie? 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 Wie hat das getan? Nein! Na ja! Nicht direkt! Sie kam vorhin vorbei! Plattgerollt! Wir waren natürlich eher skeptisch! Aber dann zeigte sie uns einen Schlüssel! Es war ein Bootsschlüssel! Sie legte den Schlüssel auf den Tisch und ging wieder! Und dann fing es an! Eine hitzige Diskussion entfachte sich, ob wir hier schnellstmöglich verschwinden sollen! Ich meine, klar! Es ist eine wunderbare Sache, dass wir eine Fluchtmöglichkeit haben! Haha! Aber ohne dich wollte ich nicht gehen! Das wäre ich dir wenigstens schuldig! Du meinst? Ja! Jeder war dafür, dass wir schnellstmöglich in den See stechen! Wer ist Martha? Ich war der Einzige, der darauf fahren wollte, bis du zurückkommst! Das war mal wieder ihre zweite Seele! Genau! Es entfachte sich ein ziemlich heftiger Streit! Und Martha hat mir voll eine geballert! Irgendwann kam es zu Handgreiflichkeiten! Und dann hat Martha einen Roundhouse-Kick gemacht! Hat mir wohl jemand ein Haar entstanden! Halt den Hinterkopf! Und auch Martha ist von den Kindern! Bestimmt dieser Walter! Dieses Hurenkind! Ja! Oder Martha! Oder Martha! Ich hab dich eigentlich immer schuld! Und die jetzt sind alle weg! Nein, Martha nicht du! Anscheinend! Nur weil sie ihren eigenen Arsch stecken wollen! Ne! Der Opa ist länger! Oh ja! Bianca du Bitch! Jetzt kann ich mein Pokémon nicht heilen! War wichtig! Hab ich nicht gesagt, dass du vorsichtig sein musst mit dem! Du dich abgibst! Bianca! Warum nur? Hm! Weil ich das Gefühl hatte, dass diese Menschen nicht ehrlich sind! Deswegen! Wären sie hier geblieben, wären sie eine Gefahr für dich gewesen! Du siehst es ja! An den Typen, der hier zurückgelassen wurde! Ja! Da hast du wohl nicht ganz unrecht! Und ich dachte, unsere Gruppe hier unten wäre ein gutes Team! Team! Rocket! Dreckschweine! Haben uns die ganze Zeit belogen und uns was vorgemacht! Tut mir leid! Aber diese Dreckschweine sind jetzt wohl in Sicherheit! Nicht zu viel auf Akku! Wer weiß! Wer weiß! Aber! Was ist jetzt mit uns? Gute Frage! Du hast nicht zufälligerweise ein weiteres Boot! Sicherheitshase! Aber egal! Am besten eines mit einem Geschütz drauf! Dann haben wir das Boot! Wir haben eine Boke versenkt! Dann haben wir durchs Reet! Leider nicht! Leider nicht! Aber wenn wir es schaffen, diese Infektion aufzuhalten, wird es auch nicht mehr nötig sein! Hey! Mädel! Du scheinst mehr als wir zu wissen! Klär uns doch mal bitte auf! Ich hab keinen Bock mehr dauernd nur im Dunkeln zu tappen! Punkt, Punkt, Punkt! Na gut, Punkt, Punkt, Punkt! Wir wollen's wissen, tja! Es fing alles... Alles mit Team Rocket nach The Cards of the City an! Ach ja... Die Rocket hat ein Mehtan gemägt und dann... sind die Viren aus der Milch, die... Ja... Ich hab's verstehen! Diese Infektion wurde durch die Artefakte ausgelöst! Da war er was! Also... Mein hatte Fakt, dass Team Rocket vorher gestohlen hatte! Darauf steht, die Macht alles und jeden willenlos und gefährlich zu machen! So habe ich das von einem Team Rocket rüber erfahren! Aber ich schätze Team Rocket wusste nicht genau, was das bedeutet! Mh... 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 Das war wirklich neer Team Rocket tossy! Mh... Mh... Tent to rate! Mh... 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 Tent to rate! Sie haben das Attefakt angeschlossen, die Wellen übers Land ausgebreitet und sind dann wieder verschwunden! Nicht viele... Nicht viele haben erwartet... Haben es... Das Erscheinen! Haben das Erscheinen von dem Rocket in den Lukasius City bemerkt! Das Attefakt haben sie natürlich wieder mitgenommen! Und ich bin mir sicher, dass sie mit dem... Unerwarteten Effekt nicht zufrieden waren! Mh... Die Seuche hat angefangen, kürzlich verstorben wieder zu beleben! Es hat natürlich eine Weile gedauert, bis die Leute verstanden haben, was vor sich geht! Mh... Mh... Wow... Das... Jetzt verstehe ich! Team Rocket dachte wohl, sie könnten alle Pokémon willenlos beherrschen! Aber mit Willlos war nicht wirklich Gehorchen gemeint, sondern... Willenlose und tote Kreaturen! Ja? Dieses verfickte Team Rocket! Es war klar, dass sowas irgendwann mächtig schief geht! Die Wichser haben uns doch nicht... Haben sie doch nicht mal alle! Ja! Aber es ist jetzt wegen der Infektion! Du meintest, wir können diese Seuche aufhalten! Aber das Attefakt ist doch weg! Oder nicht? Ja! Doch, gibt es doch etwas, was ich dir nicht erzählt habe! Wo? Das war der Faktstamm ursprünglich von einer uralten Grabstätte! Und diese Grabstätte liegt direkt unter Terroräne! Wo? Also... Wusstest du davon? Nicht wirklich! Es gibt zwar einen Gang da, der da runterführt! Aber es hat mich nie wirklich interessiert, einen unterhältischen Friedhof zu betreten! Warum sollte mich sowas auch interessieren? Vielleicht gibt es doch unten irgendwas, das das Attefakt unschädlich macht oder sowas! Aber diese Grabstätte gibt es so einige Gerüchte! Wie zum Beispiel, dass ich dort... Alle Geister... Der Verstorbene... Zusammen finden! Weg! Oder... Dort ein... Legendäres und totes Pokémon! Weg! Verstehst du nun, warum ich da eigentlich nicht runter gehen würde? Aber die Situation erfordert es nun mal! Ducatia City wurde auf einem alten Indianer-Friedhof erbaut! Das ist es! Meine Freunde! Da sind sie wieder! Die guten und toten Indianer! Ich weiß ja nicht mal, was uns so nun erwartet! Ob es überhaupt wird? Verdammt! Verdammt! Das erinnert mich irgendwie total! Ich denke es ist... Red Dead Redemption! Ich denke es ist kommentar die einzige Option! Ah ja! Na? Was denn jetzt? Oh! Krasse Scheiße! Krasse Schurz, Alter! Werde ich auch nie in die Krasse City gekommen! So oft, ey! Dave könnte es auch wie so ein... Der irgendwie gerade so gekifft hat! Yeah! Sonst geht ab! Dafür ist es zu spät! Also, gehen wir da jetzt zusammen runter! Dave! Ich glaube du solltest hier unten bleiben! Du bist verletzt! Und hi! Ach was! Diese kleine Schramme! Du hast ja noch nicht mal ein Pokémon oder eine Waffe um dich zu verteidigen! Bleib hier, mein Freund! Es ist nur zu deinem besten! Süßer! Der Kleiner hat recht! Wie? Bleib lieber hier! Und sonst stehst du uns zum unnötigen Weg! Grrrm! Haha geil! Ist gut! Ich werde hier auf euch fahren! Aber sobald ich wieder fit bin, reißen wir den Zombies gemeinsam den Arsch auf! Okay! Wie kommen wir denn nun genau dort rein! Wie gesagt! In der Pokémon-Arena! Hier ist ein Gang, der dort Wunder führt! Ich gehe schon mal vor! Werde dort auf dich fahren! Immer gehen sie vor! Es ist momentan die einzige Hoffnung, die wir haben, um diesen Uptraum zu beenden! Oh! Ist gut! Ich komme sofort nach! Achja! Bevor ich es vergesse! Ich habe die Tür vom Namenbewerter aufgeschlossen! Dort sind, denke ich, ein paar Vorräte, die du brauchen könntest! Bier brauchen! Alles klar! Jetzt bin ich gar nicht wichtig! Ich habe die Tür vom Namenbewerter aufgeschlossen! Dort sind, denke ich, ein paar Vorräte, die du brauchen könntest! Ich werde dich erwarten, bis ihr zurück seid! Das verspreche ich! Wir kommen zurück! Er ist schon ein Skelett! Und dann werden wir eine Möglichkeit finden, hier zu verschwinden! Na klar! Wir schaffen das auf jeden Fall! Wir kommen so schnell wie möglich zurück! Ha! Denkst du nicht? Also guck doch auf Gras! Ha! Verarsch! Verarsch! Bis später! Dave! Schauen wir mal auf dich! Dann ab zum Namensbewerter! Aber erst nochmal speichern, würde ich sagen! Schauen wir mal, ob du dich irgendwo ein kannst! Erstmal speichern! Speichern! Wahrscheinlich kein Namenbewerter! Ja! Wahrscheinlich gibt es da Vorräte, wie gesagt! Aber du hattest doch mal an! Bevor Schwester Jolly verraten! Ich glaube, geh mal kurz auf Pokémon! Weil das macht nämlich auch nicht mehr Ding 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 Ding! Ne! 1 KP! Alles klar! Cool! Die Animation ist witzig! Wo ist der Namensbewerter? Das ist die Allgemeinbildung! Ja! Ich weiß es aber gerade nicht! Hier! Da ist er! Äh! Jo! Offenweise Schränke! Gegen GIF! Danke! Jetzt noch ein Gegen GIF! Wow! Wow! Nachrichten! Fernsehen! Ja! Das ist gleich alles schlucken! Jo! Oder ne! Ich würde das noch zu beendet! Vielleicht halte ich auch! Ja! Vielleicht kann ich den Hochspeichern! Ha! Ja! Da ist der Skektaste! Jo! Häuser sind gut! Ja! Hier irgendwie! Oh! 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 Steht neben der Miltang gleich! Hey! Erstmal Miltang! 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 Scheint wieder fit zu sein! Yeah! Habt ihr eigene Milch gesoffen! Milch ist gut! Tja! Hier ist es! Dort! Unten war das Artefakt! Richtig! Das Artefakt! Und ein Haufen Leichen! Yeah! Ich würde aufpassen! Dort unten könnte es echt ungemütlich werden! Was ist mit dir? Kommst du nicht mit? Es haben sich neue Zombies in der Stadt eingefunden! Ich werde versuchen uns den Rücken freizuhalten! Und komme dann nach! Mhhh! Lügen! Das gefällt mir gar nicht! Das gibt natürlich einen Knebel! Hup! Ja! Mit deinem Feuer-Pokémon! Feuer-Pokémon! Hast du viel gefunden! Ich habe einfach weiter gelesen! Boah! Ich verspreche dir! Wir kommen so schnell wie möglich nach! Ich lass dich nicht im Stich! Mhhh! Komm Brando! I lava! I lava! I lava! Ich habe wirklich keine Angst auf das, was uns erwartet! Das ist schon mal gut! Tja! Heil! 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 Oder guck erstmal was da unten ist! Yeah! Geh wieder hoch! Einmal kurz rein! Und wieder nach oben! Geh wieder nach oben! Geh wieder nach oben! Und dann speichern und dann landen wir die Folge! Warum nicht? Oh jetzt ist sie weg! Kurzer Blick jetzt wissen wir was da war! Escape! Dann speichern einfach! Alles klar! Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Ciao!